Heinrich Christoph Kolbe war ein deutscher Maler, Leben. Nach seiner Ausbildung an der alten Düsseldorfer Akademie bei Johann Peter Langer ging er zu einem zehnjährigen Studienaufenthalt nach Paris, wo er bei François-André Vincent an der École des Boards die Malerei vertiefte, eine Französin heiratete und der Vater eines Sohns und einer Tochter wurde. Er lebte im Kreis von Friedrich Schlegel und wirkte an dessen Zeitschrift Europa mit. Später arbeitete er im Atelier von François Gerard. 1811 kehrte er nach Düsseldorf zurück. Nun wurde er der bevorzugte Bildnismaler des Rheinlandes. Etwa 60 Porträts entstanden allein in den Städten Barmen und Elberfeld. Die Bildnisse zeigen Angehörige der unternehmerischen Oberschicht und geben einen Hinweis auf die Bedeutung Wuppertalsch als Absatzmarkt und Lebensgrundlage der Düsseldorfer Maler des frühen 19. Jahrhunderts. In Weimar porträtierte er Johann Wolfgang von Goethe und Großherzog Karl August je zweimal. Ebenso entstanden zwei Bildnisse der Geliebten des Großherzogs Caroline Jagemann. Ab 1822 war Kolbe Professor an der Düsseldorfer Kunstakademie. Nach langem Streit mit dem neuen Direktor Friedrich Wilhelm von Schado wurde er 1832 bei Urlaub, zunächst nur für zwei Jahre bei halbiertem Gehalt, dann mehrfach verlängert. Kolbes Schüler war Gustav Adolf Körtgen. Kolbe starb 1836 nach längerer Krankheit in Düsseldorf. Werke